Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren um sie zwei Vorstellung von meiner Map ich dachte mir wir fahren heute bei den Kappa City zur Vorstellung meiner Map da ist ja eh egal es welchen Bus man nimmt zur Vorstellung und ich mache mal startbereit Entschuldigung da musste ich kurz aufstoßen Entschuldigung ja fangen wir hiermit an mit klein ich habe sehr viele Details also ist jetzt nicht großartig was entstanden aber kleine so Details sind dazu gekommen hier zum Beispiel ein Fahrradständer mit Fahrrädern da ist noch ein Fahrrad an der Telefonzelle ja da habe ich hier noch eine kleine Baustelle gebaut wie ihr seht hier links ja und es scheint gerade zu lecken liegt vielleicht daran dass ich den Parkplatz auf 80% hab und da habe ich auch Steine reingepackt in der Schaufel damit es noch erlistischer wirkt das ist die kleine Baustelle da werden meine Map später mal downloaden will der muss Baumgarten installiert haben und er sollte auch also es ist jetzt kein Muss das KI Pack haben das nur es ist nicht wichtig aber es wäre ganz gut weil habt ihr zum Beispiel auch solche Autos hier so ein oder so ein die habe ich nämlich ab und zu mal hingestellt solche damit es ein bisschen moderner wirkt aber das wäre schon ganz gut aber das ist nicht so schlimm wenn ihr das nicht habt ja und was auch gut wäre wenn ihr das Gladbeck hat und hättet oder habt weil wenn ihr das Gladbeck und Addon nicht habt hier ist übrigens auch ein Schild da steht drauf Grundorf auf der anderen Seite steht da steht natürlich auf Grundorf aber auf der Seite des Schildes steht Einstellendorf von Grundorf ja kleines Ortsschild halten Entschuldigung wollen wir eigentlich Minuten habe ich aber nicht mehr geschafft ja hier ist immer noch dieser Platz dieser Laufplatz und Rasenplatz Fußballplatz wie auch immer er hat dieser Platz da ist halt das Problem ich weiß jetzt nicht wie ich das wie die doch so großartig gestalten soll können die mir in die Kommentare mal schreiben ja dann seht ihr gleich dass ich hier auch ordentlich was getan hat hier rechts ja was ist hier entstanden hier ist ein Autohändler entstanden die hier ist ja immer noch die Parkgarage wie ihr wisst so hier ist nun ein Autohändler ich sehe gerade was als ich diese Autos hier platziert habe da waren die alle schwarze mit die Autohändler jetzt sind die anscheinend alle so bräunlich diese komische braunen Ton Farbe komisch waaah nur der hat sogar noch eine andere Farbe der Audi das ist komisch ha aber macht ja nichts die Farbe ist ja auch nicht schlecht ja ich habe wie gesagt der Autohändler kommt uns mal genauer angucken hier vorne habe ich paar neuere hingestellt und hinten gehört steht halt die alten Kisten gebrauchten die billig zu haben und außer die vielleicht hier na gut dass ein Taxi ist jetzt auch ein bisschen blöd aber solche Autos sind schon teuer hier solche Oldtimer hier wird schon ein bisschen teurer hier halt noch ein paar Autos die sind selber Kumpel also das ist komisch mit den Farben das verstehe ich nicht die haben wahrscheinlich eine random Farbe oder ich glaube dass sogar die gleiche Farbe nur aus weil die Sonne vielleicht von da oder so kommt haben die eine andere Farbe nehme ich mal stark an und fahren wir mal weiter und gucken uns mal weiter an was passiert ist ja ich kann euch sagen so viel ist jetzt nicht mehr passiert ich habe da noch drei Fahrräder angeklatscht damit es noch ein bisschen realistischer erscheint ja hier fehlen noch ordentlich Laternen also bei Nacht können wir nicht fahren es ist einfach zu dunkel ja und das ist halt ein bisschen blöd wenn es zu dunkel ist ne so wir fahren jetzt einmal rechts herum das war ja die Linie 76 dann zeige ich euch auf dem Rückweg was ich auf der Linie 77 noch verändert habe also es ist halt auf der 76 sind es eigentlich nur Details und dieses Objekt hier dieser Autohändler auf der 77 es ist es auch nur kleine Details aber ohne Details wäre die Map auch scheiße um es mal so auszudrücken hier bin ich übrigens noch ein bisschen Wald hingepflanzt nur wie hier grün schadet nie und hier die U-Bahn-Linie äh die Bahnlinie habe ich auch Bäume so rumgepflanzt dass man es nicht mehr so sieht ja was habe ich noch geändert nichts mehr großartig habe ich da oben noch was geändert? Nö eigentlich nicht ich zeige euch nur noch mal dass ich hier ein paar Bäume hingen gesetzt hat nochmal ah da fehlt noch ein bisschen was muss ich noch Backdrop hinsetzen sonst sieht man zu viel von dem Rasen das ist halt hier aus ein bisschen bepflanzt da alles hier muss ich auch definitiv nur was bauen ich glaube ich muss hier einen See hinbauen oder auch einen Wald oder irgendwie sowas guten Morgen Kollege hoppla jetzt habe ich mich selber erschrocken äh hat er gerade zurückgehuckt? ich glaube das war ein draußen in real life so hier rechts hat sich auch noch nichts getan außer dass ich da eine Ecke in den Baum hingestellt habe was jetzt nichts Weltbewegendes ist ich muss hier rechts noch was hin tun ich weiß zwar noch nicht ganz was aber ich werde schon was finden also ich habe größtenteils einfach ganz viel Grün ausgekleidet hier und das ist echt ganz schön viel Arbeit auch wenn man mir das jetzt nicht so glaubt diese Bäume zu platzieren weil es ist nicht einfach platzieren sondern es ist du musst quasi den Baum nehmen dann N drücken dann kopierst du den Baum quasi und dann kannst du ihn wieder platzieren aber wenn du einmal so drauf drückst einmal dann macht er es meistens nicht also musst du wirklich immer klack, 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 klack immer hundertmal klicken also hier einmal N dann den hier oder manchmal auch zweimal weil er den nicht nimmt oder so boah das ist schon ganz schön nervig ist nicht so gut gemacht im Omensieh Editor hätte man einfacher machen können das muss man mal so sagen das leckt leicht leicht wegen den KI-Autos hier habe ich übrigens auch Bus auf dem Boden geklatscht ich glaube das werde ich an den anderen auch noch machen können ja mal die Kommentare schreiben was ihr davon haltet ob ich das machen soll bei den anderen oder eher nicht ich würde sagen ich mach das überall oder jetzt bin ich mir selber schon nicht mehr sicher ich glaube ich lass das noch ein paar haltestellen oder schreibt es in die Kommentare wenn ihr wollt so eine Zeit lang ging mein YouTube nicht, äh mein Internet nicht, darum gab es auch ein oder zwei Tage, an denen es keine Folge gab, aber das ist jetzt auch behoben, jetzt habe ich endlich wieder Internet, es ist ja furchtbarer Internet, hier habe ich noch nichts geändert, ich wollte hier ja nicht was ändern, da war irgendwie sah das alles blöd aus, kann ich mir überschreiben, was ich da auf dem Platz kommen kann, ja und warum fährt er so schnell, hier soll 50 erlaubt sein, das muss ich auch noch ändern, dass hier nur 50 ist, ja dann habe ich hier so eine kleine Statue gebaut, mit Baum drauf, weil ohne Baum soll das ein bisschen leer aus, die Statue hier, sieht doch ganz witzig aus mit Baum, ja, hier ist immer noch die Kirche, äh hier, ja der Parkplatz, übrigens so sieht der Parkplatz aus, wenn er voll ist, also schön, alles kreuz und quer, ne, oder dass hier dann Platz findet, hier habe ich auch noch ein paar, also in der vorderen Reihe habe ich wieder ein paar neue, hoppla, ein paar neuere Autos, ne guck mal tatsächlich, meinte sind silber, meinte hier sind braun, der hat noch eine andere Farbe, ist ja komisch, ja hier habe ich halt noch ein paar, äh, neuere Autos platziert, so, hier können die Ehrenwerbung stehen, hier ist übrigens auch wieder der Blitzer, den jeder kennt mittlerweile, und ja, hier habe ich ein bisschen so die älteren Autos hingestellt, damit es einfach realistischer ist, weil wenn du hier vorne lang fährst, fallen dir ja nur die, meistens die vorderen auf, weil wenn man so lang fährt, dann sieht man die, die alten gar nicht mehr so wahnsinnig, und ich könnte nicht alles voll mit neuen setzen, weil die Leute, die dann kein AI-Pack haben, die haben dann ein Problem, weil die haben dann gar keine Autos mehr, hier, und die sind auch nerviger, na gut, die sind gleich nervig zu platzieren, aber du hast halt weniger Vielfalt, ne, so, naja, habe ich was vergessen zu zeigen, nein, ich glaube nicht, ja, äh, hier haben wir noch was Besonderes, und zwar habe ich hier aus dem Baumgarten ein DM hingekletzt, das ist eigentlich nur so ein Schild, aber sieht so aus, als wäre da hinten Lidl und hier DM, oder nicht? Zwei Schilder nebeneinander wäre, glaube ich, ein bisschen blöd, darum habe ich das mal so gelassen, ich finde das gar nicht so schlecht, ich meine, es sieht besser aus, als wenn das alles leer hier wäre, dann ist hier noch ein DM, hier eine Parkverbotzone, da auch, und hier noch die Flaschendinger, die Flaschen, die Töpfe, ne, Flaschen, äh, Flaschen, Container, vielleicht. Ja, haben wir hier noch ein Falschparker, da stellt sich einfach mitten hier auf die Straße, ich dachte mir, kann man ja mal machen, weil, in echt gibt es ja auch genügend Falschparker, daher kann man hier ja auch mal einen Falschparker hinstellen, ja, die lohnt sich, das ist aus dem Gladbeck und, ja gut, die Sache ist jetzt, wenn ihr das Gladbeck nicht habt, dann hättet ihr zum Beispiel diesen Lidl nicht, dieses Schild nicht, dieses Schild nicht, den Blitzer wahrscheinlich auch nicht, diesen Aldi nicht, diesen McDonalds nicht, also es wäre schon gut, wenn ihr das Gladbeck-It-On hättet, aber ich könnte das wahrscheinlich auch so machen, also ich werde das so bauen, dass man eventuell, also wenn ich das schaffe, dass man auch ohne Gladbeck-It-On das fahren könnte, aber ich kann euch das Gladbeck-It-On auch nur ans Herz legen, ich meine, es kostet 35 Euro, aber man hat halt auch 35 Linien und wenn man mal so rechnet, ist es 1 Euro pro Linie, also dann ist es eigentlich gar nicht mehr so viel und man hat noch einen Superbus, der ist echt super, und ja, mein Gott, das ist schon cool da, Gladbeck, und außerdem dieses AI-Fahrzeug-Pack, das würde ja erst recht ans Herz legen, das kostet, das kostet 13 Euro, ich glaube ja, 13 Euro und ihr habt irgendwie 25 Fahrzeuge, der bezahlt hier 50 Cent für einen so ein Auto, mein Gott, und ihr habt das viel realistischer, das sollte doch wohl nicht wehtun, 13 Euro für die Autos bezahlen, und man hat also der Bauer dieser Autos da, dieser Modder dieser Autos, der hat sich eigentlich echt Mühe gegeben, weil man kann sich das ja mal angucken, ist schon relativ gut und detailliert, also ich weiß nicht, warum man sich das nicht kaufen sollte, ja, also, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und Gladbeck, wie gesagt, auch, ja, hier habe ich auch noch ein paar Autos hingestellt, weil dann, wenn ihr die Map hier mal haben wollt, dann ist es auch deutlich schöner, ja, und wir sind eigentlich schon, oh, ich habe noch Fehler gemacht, ich wollte eigentlich, dass die Autos so halb auf dem Fußweg stehen, weil so mitten auf der Straße ist dann doch ein bisschen eng, ne, ja, ja, eng ist relativ, das geht natürlich alles, aber ich finde, wenn das so ist, wie hier, das sieht irgendwie einfach besser aus, wenn ihr so halb auf dem Fußweg stehen, ne, mit ordentlicher Haus, und man hat halt mehr Platz, ja, gut, das soll jetzt nicht das Problem sein, das hat man auf Grundoff sowieso genug, aber, ja, gut, so, ja, das war eigentlich so meine Rundführung, kann man sagen, ja, hier habe ich auch übrigens den Bus nochmal hingeklatscht unten auf dem Boden, na, und hier die Fahrräder noch, Fahrräder sind auch ein bisschen freckeliger zu setzen, stellen wir uns mal hinter diese Baustelle, äh, ich glaube, wir machen das so, Sekunde, warte mal, warte mal, hier, ich habe eine Idee für das Thumbnail für dieses Video, ich glaube, das machen wir nämlich hier so, das könnte nämlich ganz gut ausschauen, ja, hier habe ich übrigens auch noch die Schilder herangesetzt an diesen, äh, wie heißen die Teile hier, die, äh, Absperrungen, da habe ich diese Schilder noch herangesetzt, so, Troller, lauf mal schneller, dann können wir ein Foto machen, ja, vielleicht noch, aber ein bisschen geht noch, ja, ist aber gut, ja, mal ausmachen, die Kiste, oder vielleicht wirklich, nein, nicht so, ne, dann haben wir zu wenig von der Map, wir machen das so, ungefähr, so, vielleicht, gut, jetzt haben wir auch nicht viel von der Map, aber, man kann zumindest erkennen, dass nicht Original Grundoff ist, nee, so ist nicht so schön, oder? Nee. So, guck, machen wir nochmal so ein Foto, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, lass doch eine positive Bewertung, der mir noch dieses Video gefallen hat, ja, wenn nicht, dann ist das so, ja, und, ja, ich hab jetzt oft genug und ja gesagt, darum setzen wir das doch mal in der Tat um, dass wir jetzt diese Folge beenden, ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, tschüss, und, ja, und tschüss, ja, und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, auf Wiedersehen, euer GamerSpielTV, tschüss!